Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Hörne mit Nurnia, mit Krenia und Menni jetzt im Hintergrund Ja, die kann man schon hören Hörne, man versteht mich gut, aber ich hab auch ein bisschen Handschmack Hörne hat nicht so lange zu schreien Hör auf zu nuscheln Ich sollte ja auch das machen Nimm ihn aus dem Mond Oh, dachte ich, das ist mir grad auch Na, das Kinderspielzeug passt da nicht ganz rein Doch Nein So geil Push the button Hast dann den Teil bestimmt mehr Spaß als dein Sohn, ne? Ist so Ja, er hat das viel coolere Teil, hallo Das ist so ein von McDonalds, so ein Teil, da drückst du hinten drauf Der macht so die Hände auf und macht dann so Hehehe Richtig awesome, bro Echt, wir haben den Trinner mehr top, das ist ja schon wieder scheiße Du, ich hab mal ne Frage jetzt, was soll ich mitnehmen mit dem Schäkel? Ach komm, ich mach mal hier Hier we go Hier we go How about a magic trick? Äh, kurz vorweg Die Jenna-Fähigkeiten kennst du? Ja Also das war irgendwas, die Ulti war so eine komische Welle, dann so ein kleiner Teich, wo man einen Gegner mit hoch hebt, ne? Mhm Dann weiß ich, das war Nami Dann weiß ich, das war Nami Ich hab kurz überlegt, ob ich sag nein, aber Ich hab ein mies gefühlt, ich werde sterben, ja? Digga, guck mal wie krass ich gecovert werde Munch, 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 munch Why is so serious? For my next trick Next trick I like to disappear I like to disappear No, you don't Huch 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 Mich Fizz, du dreckiger Wichser Feiling, dass Fitz hilft, ne? Das find ich jetzt komisch Awesome Ja Ja Fizz hat halt nicht mehr alle Fizz in Check Bohx, bachs, 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 bachs Oh, ich weiß nicht, wenn ich Fitz sehe, werde ich schon wieder so Ja, wieso? Er ist jetzt in unserem Team, das ist doch schon mal nicht schlecht Das ist ein Scheisscharf, weißt du, sind mit der Tründer mehr Bord? Eigentlich können wir auf K gehen, wir können es alleine machen Ja, wenn sie gut sind, willst du, dann geht das richtig ab, Alter, das sag ich schon Brauchst nicht gut sein Dann brauchst du richtig gut, musst du da sehen, willst du, das geht richtig, das geht volle Kanne in der Magengrube Könnten sie bitte nicht so rau dusen, wir wissen, dass sie krank sind Das nennt man auch Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom Oh, Tründer mehr kriegt, ich glaub Tründer mehr ist, Tründer mehr wird First Blood sein, ja Gott, wie ich es wusste Nenn mich Jesus Ne, das Ding ist einfach, das ist doch klar, dass er First Blood ist, bei Pantheon Er wird doch die ganze Zeit mit Q gepelpt So, das Gute ist, oh wow, wir haben Demeter frei, ne Ja, wenn der ist, man nicht gegengt wird Ne, Dings ist ja weg Oh Gott, die Scheiße looks on bottom Ach, jammer mal nicht so rum, du Mädchen Es ist so ne Nerventusse Ich find die geil Ja, aber ich, Frack Jacks Ne Ich komm mal runter Now you see me? Now you don't Oh Gott Sie trifft auf jeden Scheiß der Captain Q, ne So, wenn die Welle jetzt trifft, dann Ja, warte mal, warte mal, chill mal ein bisschen Push die mal nicht so weg Glaubt ihr hier unten ist gewordet? Ehhhhhh Nö Okay, dann go Go, go, go Ah, ich so ausleck mich Ah, ich so ausleck mich Ah, ich so ausleck mich Ja, flash dich bloß weg Ich bin Shaco Ich bin OP WTF Oh komm Zurück gehen? Jetzt spielt er wieder AD Carry Ja, dann haben wir doch verloren, Alter Der Typ kann doch gar nichts, ey So ein Noob, ey Geh mir mal weg Geh mir mal weg Behind you How about a magic trick Ich muss nur ein bisschen mehr wieder mit Catelyn wieder spielen oder so Komm Jetzt kommt wieder die Ausrede Wie Catelyn ist geil, von der Range halt her Ja, aber ich weiß nicht, die Olle ist schwer Nicht schwer im Sinne von schwer zu spielen, sondern es ist wie wichtig Oh Gott, das WND ist so einfach zu spielen Das ist genau so'n Das ist genau so'n easy zu spielender Champion wie Ezreal Deswegen ist Ezreal auch mein Lieblings AD Carry Wer? Ja Ja In dem Sinne schwer Finde ich nicht so gut, dass du jetzt so diskriminieren gegenüber fetten Frauen Bist Willst du welche in dein Bett holen? Hey, ich hab meine Also das ist shit dick, aber Oh Gott, Junge Das ist schon wieder so privat, Alter Behalt doch mal die dreckige Scheiße für dich, Junge, Alter Nein Oh, ohne Witz Wer will das denn wissen, dass du auf deiner Frau draufliegst? Ohne Witz Kein Mensch, Mann Kein Mensch, das ist doch So So Ich weiß nicht, Alter Für mich wäre das voll entwürdigend, wenn ich sowas sagen würde Boah, ich würde mich nicht entwürdigend Ja, für dich vielleicht nicht, Digga Ja, was ist denn mit Fiss los, Alter? Der kriegt von dem Uri nur aufs Maul Guck dir das mal an, der ist alleine in der Mitte und kriegt's nicht gebacken Fiss, ich warne dich Oh, warte mal, Uri haut ab in meinen Jungle Uri kommt, Uri ist hier vorne Er hat gewordert, aber hier Ich weiß nicht wo Uri kommt zu euch runter Oh, ping mal hin Achso, oben beim Jack, oder was? Hä? Ne, der kommt Der ist irgendwo hier bei mir im Jungle What? Hä? Ja, da ist er doch Oh, Uri ist hier Ja, hab ich doch gesagt Der ist bei mir im Jungle Ja, kriegen tun soll ich sowieso nicht Alter, der Damage von Uri ist so awesome Das liegt an dem Scan Ja, also die Frage haben wir immer so viel gemacht? Ja, more AP, more ADSOP Okay Das liegt an dem Scan I can know it Wow, Uri, sein Blue ist grad wieder ab Sollen wir mitkommen? Soll ich mitkommen? Wow, Uri, du bist so witzig Ja, Digga, als wenn er mich kriegt, das ist das Witzigste darin Lass dich doch nicht so Dings machen, weil das Ding ist, er kommt ja sowieso nicht an mich ran Wollt du helfen? Der, der Pantheon macht oben den Dings alleine platt Der lässt mich nicht haben, siehst du was? Du, die sind auch gleich Level 6, ne? Ja Der kommt gleich die Luxe holt Ich bin schon Level Ah, siehst du, siehst du, siehst du? Hab ich Fizz gesagt, er ist beim Blue Und jetzt hat er mir gedankt, Digga, das muss man doch voll alleine sehen, Alter Dass der Blue 7 irgendwas ab ist Ja, ich denk mir mal, Fizz kommt da weg Oh, kommt er doch nicht Helft ihm Los Fizz Go Fizz Mach, 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 mach Okay, Pantheon kommt Pantheon kommt, glaub ich Nein, kommt er nicht Du hast keine Warnung, heilig gleich, wenn wir zurückgehen Kommt zurück, runter Wir müssen weiter fahren, ich muss mehr Lassets bekommen als er Naja, 30 zu 50 Los, 20 mehr ist er Nö Pass rein, Schatz Der Flasht so Mann Pantheon fehlt Top Lane, ne? Passt auf Der kann zu euch einfach Bot springen Ja, dann kriegt er einfach ne Zunge Ja, 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 sag das mal nicht immer so easy Hast du nicht gerade gesagt, wenn man sich selbst überzeugt, dass es dazu gut ist? Ja, ja, aber wenn er nochmal da runter springt, ey, dann weiß man immer nicht Der Red Buff ist gewordet, wo ist denn Udia? Daher ist weiter Luchst, dass das ist Ja, geh mir mal weg Udia ist weiter so lang rave ist nicht so mehr formal als ist alles gut ja machst du ihn mal verdammte kiste meine kopie geil ich liebe ihn so dreckig das war seine ulter ja ich wollte eigentlich von hinten die ulten schade der spruch der spruch wird jetzt auf ewig bleiben i have a tent top digger das ist weiß ich nicht logistische meisterleister just a little bit closer just a little bit closer wo er war immer noch nicht bei seinem rat jetzt geht er dahin der alle schlawine die haut nicht ich weiß mach was ja ich schieße ob sie da drauf ich gehe kurz morden stirb nicht ne ne soll ich mich nicht so ich sie anlocken ne ich komme von hinten ne ja ist aber auch wieder hässlich jetzt ist so ne missgeburt wie akali wie der afk kriegst du auch wieder richtig aids von haben sie hier gewartet river ne ne warte dann geh ich mal hinten rum oh die sind eh hinten ja ja ich geh hinten rum wir diven ich schick meine kopie einfach rein ich kann auch ulten meine kopie sorry die ist einfach op jetzt denken sie die ganze zeit meine kopie ist da das ist so geil also dass ich da bin obwohl ich das nicht bin jetzt soll die kopie explodieren die denken so ja getötet getötet von der kopie ich wenn du möchtest mach den doch alleine faules stück ey faules gesocks ohne witz oh die von um sich komm ich finde es ist NEIN hmm oh weg weg ja nice warte ich hab in sechs sekunden wieder mein ding ich slowld pass auf ich komme auch also ich riskiere mein mana alter ich habe gar kein mana mehr um irgendwie wegzukommen wenn es mal echt hart wird das lädt sich ja nicht so extrem schnell auf die 9,8 pro sekunde das hört sich immer so alles so spektakulär krass an aber es ist es am endeffekt gar nicht warum warum kauft dieser ich habe ein riesen schwert in der hose ich habe das glaube ich war daneben war daneben war daneben und ich glaube doch eher an dorans klinger aber egal ja ich habe drei neuen schlosses gegenseitig ist der gräser 5 mal soll ich top gehen ich glaube der braucht mich mehr als du naja ich komm nur passt schon behauptet du bekommst der xp und das war schon ein wort lane und achte schon ein bisschen auch drauf wie soll ich bin allein gesehen ist da voll cool ja ich muss ich glaube die netz größer machen oh die ist wieder in mitte sie ist bei dir in der näher die luxe guck mal ich weiß aber sie ist nicht schneller als ich ich bin da, ich bin da, ich bin da 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 ein ally hat ich wollte meine ult jetzt nichts ziehen dafür wegen ihrer ult der Der hat mich natürlich ja ich weiss nicht, ich finde, Oodia ist irgendwie stärker seitdem man das über das sitzt nein, nein no, Uodia ist allgemein extrem ja gut, vielleicht lieg es auch da außerdem so wenig gespielt haben ja, Fitz stirb los, Schlampe mach' du gut, stirb Los! Super, danke! Na komm! Kommt jetzt der Tropical? Ah! 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 Das kann ich aber auch, mein Junge! Jetzt kommt der Cage! Jetzt kommt der Cage! Batsch! I'll make you disappear! Why so serious? Why so serious? Fiss, wenn Fiss richtig gut gewesen wäre, hätte er locker U dir noch geklatscht, aber... Er ist schlecht! How about a magic trick? Ah, findet ruhig Shaco! Shaco ist OP im Late Game! Ich schwöre, werdet ihr sehen! Ich kaufe mir 3 Warmarks, da bin ich richtig OP! Hehe! Hehe! Guck mal, jetzt dive ich ihn zu zweit da oben! Der Interm Derrartel! Mach schön, mach schön kaputt! Alter, das E macht aber auch viel Schaden! What the fuck! Oh, guck mal, die kriegen Pantheon oben nicht tot! Digga, die kommen echt zu zweit und kriegen ihn nicht down! Irgendwie schon sehr obs-s-sön! Loll, Ganks! Und da, das... Best Gank ever! Why so serious? Oh, 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 alles meins, alles meins! Wollen wir auf? Na klar! The Chalks on you! Äh, how flashed, du? Keine Ahnung, weil es kann! Und er trostes mal clashen! Jetzt sehe ich schon wieder nicht, was da rüberkommt! Kurz weg, stirbt nicht! Ich hab' genug gepusht! Wollen wir sie nicht hauen? Mh, na, ich geh' wieder weg! Hab' wieder genug Gold! Oh, Spielverderber! Ich geh' jetzt top, du brauchst mich nicht mehr! Und, na, komm! Ah, ich sterbe! Nice! Ja, mit Ultrinder, du Stück Scheiße! Und ich bin squishy wie Butter! Ich muss voll aufpassen, ich krieg' zwei geditcht von Udi! Dann bin ich wie ein... Ich bin wie Butter, Alter! Mich streichelst du einmal mit nem warmen Messer und schon zerschmelz' ich! Oder du setzt dich auf mich! Du konntest ja was ells hören, was du halt gerne magst! Wischte? Was du halt geil findest! LOL, du hast'n Dicken gestertet! Das tut mir jetzt unglaublich leicht! Hahaha! Kamerlein! Hahaha! Why so serious? LOL, Fizz! Geht wieder fieden! Warum? Er hat auch Kale gemacht, Bro! Dass der nicht ausweichen kann, ne? Schon gut peinlich für ihn, Digga! Er muss doch nur ne Q drücken! Nee nicht! Cool Story, Bro! Ähm... Udi ist bei Blue! Wollen wir da mal hingehen? Ja, ich bin schon da! Ich komm mal rum! Ja, direkt gesmited! Oh, da ist er ja! Lock ihn mal hierher! Lock ihn? Ich mach was anderes! Ja, ja, Udi! Hier! Der rennt jetzt nirgends rum, man! Katelyn! Ich stepp am Ramp-Aff! Doch nicht! Nein, tust du nicht! OP-Schild? Haha! Ty, bruh! Hat der denn... Ich hab immer Angst mit Lowlife in irgendwelche Büsche zu gehen! Aber das ist echt krass so mit, 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 finde ich mit... Mit Shaco, der ist richtig eklig dünn, der Knecht! Guck mal, sie hat sich grad erschreckt, die... Hehe... Vor meinem Püppchen! So, wo ist denn jetzt hier Dings? Ja, okay, ich brauch doch das, oder? This will be fun! This will be fun! Hey, du tötest ihn nicht ohne mich! Töte ihn bitte! Töte ihn bitte ohne ihn! Schafft er sowieso nicht, Digga! Ist viel zu schlecht! Siehst du? Aber der Graves ist richtig schlecht! Boah, die Ulti! Digga, der Schaden! Du wärst fast gestorben, Jana! Oh, alter! Surrender! Die haben aufgegeben! LOL! Ja, normal! Es war vier gegen drei, fünf! Ich hab nur gefarmt! Dankeschön! Tschüss! Tschüss! Tschüss!